Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Alarm, die Feuerwerkskörpers. Stellen Sie euch das Platz auf T. Alarm für die Feuerwerkskörpers. Überfunk bei der Leitschirm melden. Entschuldigung, Alarm für die Feuerwerkskörpers. Überfunk bei der Leitschirm melden. Leitschirme von Beringshaus, 50 in 40 in 41. Leitschirme von Beringshaus, 50 in 41. Leitschirme von Beringshaus, 50 in 41. Gleich chillen und haben gehört. Alarm angekommen. Minus unterwegs. Verstanden. Fahrzeug 18, hört. Verstanden. Wird gemacht. Was gibt's? Wird gemacht. Gleichstellung und Germasheim 8, kommit. Hier, Landstelle. Bin unterwegs. Ja, wir nachlassen für die Feuerwehr Germasheim, Basirene, kommit. Verstanden, Ende. Höre. Fahrzeug 34, hört. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Funkstille. Fahrzeug 3. Fahrzeug 34, hört. Was gibt's? Einsatz für die Feuerwehr Germasheim, 2 der Alarm. Ich will Einsatz für Feuerwehr Germasheim, 2 der Alarm. Wird gemacht. Was gibt's? Kein Problem. Höre. Schon unterwegs. Und jetzt wo rein. Oh. Du bist für einvast. Die Steuerung. Du bist zu machen. Du bist für einvast. Du bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ressort LR 0701 zum Notfalleinsatz Fahrzeug 11 hört Auf dem Weg Fahrzeug 11 hört Schon unterwegs Ich bin unterwegs Funkstelle Auf dem Weg Medizinischer Notfallein Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab Fahrzeug 11 hört Führe Den Uderschnortheim zum Einsatz Den Uderschnortheim zum Einsatz Den Uderschnortheim zum Einsatz Vielen Dank.